Er steht in insgesamt vier Finals hier in Cottbus. Sprung Nummer 436, das ist der Kasama zu gestrichen. Er setzt sich an eineinhalb Tourner, wie ich sagte, mit vier Finals einsetzen. Gestern dritter am Boden hinter. Der zweite Saut für Joachim Bethoff. Ein Kubaner kreierte einst diesen Sprung, Cuervo, und dazu noch ein Chino. Noch eine ganze Drehung, nur Ausgangswert 9,6.